Hallo Leute, mein Name ist sozialer Instock und damit herzlich willkommen zurück zu SMG4 Woche heute. Jetzt kommt der zweite Teil. Mario in Real Life Mario Monster Marsch. Leider ist nie ein dritter Teil erschienen, aber das kann sich ja noch ändern. Aber solche Videos sind eindeutig aufwendig. Da schläft der da mit einer Baumeistermaschinen-Schlafdecke. Darum hat sich auf jeden Fall seit dahin sehr verändert. Oh Mario hat sich wieder mal reingereckt. Wir sind immer noch da. Moment, ich muss keinen Kotz unterbrechen, leider. Jetzt machen wir noch da. Vielen Dank. Vielen Dank. Sorry, die Kurze unterbrechen, Leute. Aber das war jetzt wichtig. Weiter geht's. Steve ist auf jeden Fall noch hier. Ah, er ist am Kühlschrank. Plündert den Kühlschrank. Aha. Oh, nö. Echt jetzt. Das ist ein Kuss, Sensei. Okay. Äh, wo hat er das her? Wo, 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 wo? Wo hast du das? Hm, genau die Folge hab ich gerade gestellt. Ach so. Guck, gib mir die Wand und helf. Autsch. Ah, was? Was hat das gesagt vor? Oh, oh. Er hat den Zelda-Geggner besporen. What the heck is that? Mamma mia. Ich hab dir den Kurs-Tens hier geworfen. Du Fenster. Wieder Waffluss unterwegs. Ich muss doch wehtun. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit, das leg ich gut. Ja, der hat noch mehr Zettergegner gerufen. Hä? War das grad ein Villager? Steven, meine Chickens! Oh, mamma mia! Das stimmt, sie geht in eins weiter. Ein Chicken! Ey, was willst du mit dem Wischmob mit Kassenzettel? Ja? Oh! Was? Super Zettel! Oh, man. Okay, doki. Okay, doki. Okay, doki. Okay, doki. Oh, der lebt noch! Oh, noch ein Bitter aus. Das wird teuer. Ich bin auch so von Zelda-Gegner. Oh, shit! Ist das hier jetzt? Den hat er in Palmen verwandelt? Okay. Skelett. Und... Oh, mein. Ey, Mario, pass auf! Hopp! Wundervoll! Das spielt auch noch. Oh, wieder normal. Oh, da steckt schon wieder was im Klo. Aber was ist das? Oh! Er schießt diese Skelett-Töpfe. Oh, oh. Oh, Mario. Oh, Mario! Mario, use the magic wand! Nooooo! Warum muss es mich jagen? I don't wanna die! Hi, guys! Hi, guys! Hi! Hi! Captain Steve! Oh, my god! It's Captain Steve! Echt jetzt? Was war die K-Dawatt? Passte gar nicht ins Roster. Deck im Titan! Er kämpft echt gegen Schickens! Gorilla! Hurry up! Use your giant monkey arms! Das ist wirklich schwer für... Mario. Was so alles in seiner Wohnung rumliegt, muss ich sagen. Oh! Da kommt der Endboss! Charge it! Brrrrrrbrrrlbrrrrbrrr' Oh, super! Vier Teletubbies! Äh. Was waren die Teletubbies? Wo haben die überhaupt den Panzer, ja? Äh. Was ist das vor? Hä!? Auch mit dem Apo kommen die anderen Ende her. Meiner Meinung. Es gibt keine weiß schwarzen Teletubbies. Oh shit. War klar, dass es nicht lange hält. Oh, die haben auch nur Waffen. Das ist dein Waluigi-Launcher. Jetzt ist es dein Waluigi-Launcher. Und was jetzt? Wanna get a burger Mario? Okie dokie! So, what burger do you want to eat? Spaghetti! Uh, you don't think a spaghetti burger will count. Hey, you want some steam alone? No! Come on, come on, Steve's the best! Hehehe. Hä? Someone took my wand! Hello? Anyone? You can have the big gay dance! Never gonna give you up! Never gonna let you die! Okay, wir hatten einen vergessen! Schon wieder! Auf jeden Fall war das die Reaktion! Bleibt sozial! Lasst ein Abo da! Schade, dass kein weiterer Teil erschienen ist! Bye!